Wir haben jetzt natürlich einen weiteren Konfliktpartner und zwar Nanosoft neben Krakow. Konkurrierende Unternehmen, so nenne ich es einfach mal. Und Nanosoft will scheinbar die Präsidentin von Krakow tot sehen, behaupte ich einfach mal. Ist ja so eine Vermutung, dass sie natürlich eventuell irgendwelche Atlete angeholt haben könnten, um sie zu vernichten in der letzten Mission. Wir wussten halt noch nicht, dass Nanosoft vielleicht dahinter steckt. Allerdings dürfen wir uns jetzt auch nicht zu sehr einmischen. Wenn wir zu sehr Partei für Krakow ergreifen, sind wir halt parteiisch. Und das dürften wir als Polizei eigentlich nicht sein. So, okay, was haben wir denn? Neue Waffen, sehr schön. Firestreak, die Henschel, achso, so heißt das Ding. Henschel H538 ist höchst manövrierfähig. Durch eine extreme Wendigkeit. Achso, durch eine extreme Wendigkeit. Obwohl sie manövrierfähiger als die Infrarotrakete ist, verursacht sie nur begrenzten Schaden. Okay. Ich versuche mich gerade an die Waffe zu erinnern, aber... Nö. In meinem Kopf ist gerade nichts drin. Das heißt, hier haben wir wahrscheinlich auch wieder Zeitdruck. Egal, egal. Aber jetzt auch wieder so eine Fehlfunktion von Robotern, ne? Hm, das könnte vielleicht alles zusammenhängen, irgendwie. Achso, und bitte spoilert mir die Story nicht, ne? Weil ich möchte sie halt erleben. Also für alle, die das Spiel kennen sollten. Mittlerweile gucken wir wahrscheinlich nur 30 Leute zu. Kontrolle an Alpha-Geschwader. In der nahe Kuppel werden zivile Wohngebäude beschossen. Over. Ich halte nicht zu groß hier auf. Ich glaube, sie müssen scheißen. Schrei doch nicht so. Mein Gott. Ich muss gerade jetzt mit der Anlage ein bisschen leiser machen. Entschuldigung. So. Kontrolle an Alpha-Geschwader. Die Koordinaten des Droiden wurden in das Navigationssystem eingegeben. Finden und eliminieren sie ihn. Achten sie auf den Laser. Over. Was für ein Laser. Machen wir sie fertig. Na, das war jetzt ein Scherz mit. Was für ein Laser. Äh, aber soviel habe ich schon mal spoilert. Wir werden auch bald einen Laser haben dürfen. Und ein... Nenn. Achso, okay. Kontrolle an Alpha-Geschwader. Wir haben noch einen Droiden. Hallo. Hält es viel aus. Oh mein Gott. Ich sterbe, 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 ich sterbe. Alter, das Ding hier... Boah, hält das viel aus. Okay. Das heißt, da müssen wir mit Raketen ran. Heiliger Bim-Bam. Das ging echt schnell. Oh, ich hasse es. So, nehmen wir schon mal direkt heran. 40 haben wir, das ist gut. Wo fliege ich denn da bitte gerade gegen? Ich sehe gerade nichts. Ach, ich bin auch im Wohnen. Schreit ich wieder so rum. Also hier werden wir wahrscheinlich einiges an Zeit verbringen in dieser Mission, falls ich hier irgendwo aus meinem Eckchen rauskommen könnte. Weil damals habe ich da echt Schwierigkeiten gehabt. Machen wir sie fertig. Ja, ja, mach du mal. So, ich kannte die Mission, glaube ich, hinterher sogar aus, wenn ich wusste genau, wo, wer, wann spawnt. Und wie ich am besten da rangehe. Wo ist denn der verfickte Droide? Ach, dahinten. Kontrolle an Alpha-Geschwader. Wir haben noch einen Droiden. Koordinaten wurden in das Navigationssystem angegeben. Okay, Moment, Moment, Moment. Wo ist er? Wo ist er? Er hält viel zu viel aus. Oh, mein Gott, hält er viel aus. Man muss immer in Bewegung bleiben, damit der Arsch uns nicht trifft. Komm schon. Komm schon. Zielobjekt im Anflug, over. Jetzt sind sie auch noch je unterwegs, echt. Later, ich kann den Droiden sehen. Werde Angriff ausführen, over. Ich hab den schon. Ist alles gut. Einer ist tot. Komm schon, komm schon, komm schon. Geh kaputt, geh kaputt. Dass Jäger hier mir jetzt auch noch auf den Sack gehen müssen, das ist schrecklich. Ich muss doch irgendwie getroffen haben. Ich hätt lieber ne größere Schussfrequenz. Aber ich wusste, ich hab aber hier mega geschossen. Da können echt die 80, 800 Millimeter sein. 1000 Millimeter. Oh, Entschuldigung. Ich hab mich gesehen, dass du ein Freund bist. Und hab dich schon wieder auf den Da. Okay. Fuck, 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 fuck. Und das ist gar nicht ziemlich gut hier, die, äh, Lägenraketen. Ja, toll. Was soll ich denn jetzt hier noch alles machen? Ich hab ja schon Kollegen. Kontrolle an Alpha-Geschwader. Wir haben unannehmbare Zivilverluste. Beenden Sie den Einsatz und kehren Sie... Willst du mich verarschen? Ja, sind doch noch Gebäudeheile. Oh, Mann. Ja, weißt du, anstatt dass ich dann den Rest hier auch noch kaputt mache, damit die noch mehr passiert ist, sag ich, naja, jetzt kannst du nach außen fahren. Fick dich, Alter. Fick dich. Ernsthaft. Ah, ja gut, komm, Neustart. Ja. Ich will die Missionaries heute echt gliedern schaffen. Alpha-Geschwader. In der nahen Kuppel werden zivile Wohngebäude beschossen. Ich seh hier doch nix. So, ihr Penner. Verstehen Sie Kontrolle? Ah, jetzt schreit ich mir so rum, der Arsch. Kontrolle an Alpha-Geschwader. Die Koordinaten des Droiden wurden in das Navigation verziehen. Das heißt, ich werde die Jäger dann doch erstmal ignorieren. Also, ich muss schnellstmöglich diesen verschissenen Roboter krutschschießen. So, wo ist er denn? Da hinten. Okay, so. Oh, Mann, ich kann, das ist das Blöde ist halt, was mir wirklich nicht kann, was mir ein bisschen fehlt, ist das Waven. Aber, okay, man kann vertikal, also hier, äh, ist das vertikal, ja. So kann man es waven, aber halt nicht normal. Von links nach rechts, horizontal. Oh, ja, ja, komm, komm schon, Baby. Komm, eine Rakete noch, eine Doppelrakete. Ja, 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 so. Du meinst es platt. Hervorragend. Kommen wir zum nächsten. Hallo. Slater, ich kann den Droiden sehen. Werde Angriff ausführen. Over. Kümmerst du dich direkt mit dem Arsch, oder wie, oder was? Ich hab nicht mehr viel Energie. Ja, er ist tot, okay, vorrangend. So, nächste. Zwei haben wir schon. Wie viel sind es noch? Ich weiß es nicht. Und unsere Energie, letztlich auch, wie ihr oben seht. Wenn ich nicht so doof zum Fliegen bin. Kontrolle an Alpha-Geschwader. In ihrer Nähe befinden sich drei unidentifizierte Maschinen. Achso, Maschinen, okay. Das geht ja noch. Hallo. Das werden jetzt die Zivilisten rummeiern, ne? Nein, 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 scheiße! No, 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 no! Fuck! Fuck! Scheiße! Komm nochmal! Ich will die Mission jetzt heute schaffen! Koste es, was sie wollen! Ah, ah, ah! Moment, ich muss kurz das gucken. Ähm, hab ich nicht gerade... Verstehen Sie Kontrolle! Ähm, bin ich gerade... Kontrolle an Alpha-Geschwader. Die Koordinaten des Droiden wurden in der... ...das Navigationssystem eingegeben. Ach, die Luftbremse ist... Ah, okay, jetzt weiß ich, wie viel Luftbremse da ist. Und zwar zu schnellem Lenken. Hätte man sich vielleicht auch denken können. Oh, mein Gott! So, okay. Aber die Rakete ist schon ganz geil, auf jeden Fall, gegen die Viecher. Ich darf nur nicht so viel Energie verlieren, gegen die Ersten. Hallo! Hallo! Ja, das ist natürlich top, was ich hier mache. Kontrolle an Alpha-Geschwader. Wir haben noch einen Droiden. Koordinaten wurden in das Navigationssystem eingegeben. Over. Oder denn hier? Das Schlimme ist, einfach, dass ich schnell sein muss. Oder recht schnell. Okay, Kanone. Ja, wumms! So, und um eins. Okay, ich habe noch sieb... Oh, Hilfe! Slater, ich kann den Droiden sehen! Werde Angriff ausführen! Over! Okay, so. Kannst du mal aufhören, mich zu ran, du Arsch! Der, warum lebt der doch? Sag mal! Achso, das sind nur die Ketten. Okay. Äh, puh! Also jetzt nochmal... Ah, ne, drei Maschinen waren das. Und nicht drei... Vier Minen-Druiden-Ärsche. Nicht die Decke zu schieren, es kostet Energie. In ihrer Nähe befinden sich drei unidentifizierte Maschinen. Over. Entschuldigung. War nicht so gemeint. So, okay. 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 Äh, wirst du mich eigentlich verarschen? Oh, fuck, 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 fuck. Fuck, shit, fuck, 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 fuck. Ja, toll, Zivilist, Mann. Flieg doch jemand in Raketen. Du siehst du, als hier gekämpft wird. Okay. Boah, flieg weg, Junge! Alter! So, nehmen wir mal die Lenkraketen. Okay. Scheiße, ich bin schon wieder tot. Oh, mein Gott. Ey, Alter, das ist so scheiße, dass es hier kein verschissenes Strafing gibt. Oder ich hab's irgendwie... Wenn ich doch mal das Training machen sollen. Ich hatte hier irgendwo eine offene Flasche Wasser. Das gefällt mir jetzt nicht, dass ich die jetzt gerade nicht sehe. Okay, ich hab's gefunden. Oh, mein Gott. Vertrauen, Alter. Alter, 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 Alter. Baby-Bien-Roboter. Ach, halt doch einfach die Fresse. Verstehen Sie mich? Oder so ähnlich, sag ich doch. So, verdammt nochmal. Komm, jetzt schaffen wir den Wix hier. Die ersten Missionen sind es. Aber das hier sind jetzt auch noch so dumme Geschützer-Kack-Missionen am Anfang direkt hier, ey. Nein, ich will dich nicht haben. Hallo, Freund. Wenn ich jetzt hier schieße, dann treffe ich das Haus. Okay, die Hälfte haben wir schon mal. Sogar mehr als die Hälfte. Kontrolle an Alpha-Geschwader. Komm, einfach durchheizen. Koordinaten wurden in das Navigationssystem eingegeben. Over. Ja, ja, ja. Ja, er ist tot. Dankeschön. Oh, mein Gott. Oh, hallo. Da bist du ja schon. Slater, ich kann den Droiden sehen. Wer der Angriff aufhören. Aber die Mobility, die scheiß Roboter sind, ne? Die haben einfach nur voll den Hals. Uah, ei, ei, ei. Komm, flieg weg, flieg weg, flieg weg. Komm, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Und? Ja, wir haben geschafft. Puh. Und haben auf jeden Fall noch mehr Energie als gerade. Das ist schon mal sehr gut. Das ist echt sehr gut. So, wo waren hier die Tunnel einfahrt? Nein, hier war es nicht. Schade. Nee. Ich finde, mein Wingman kann sich mal hier um die Flieger kümmern. Wenn er hier schon nichts reißt. Da ist er. Wer ist überhaupt mein Wingman? Kontrolle an Alpha-Geschwader. In ihrer Nähe befinden sich drei unidentifizierte Maschinen. Over. Interessiert mich gerade recht wenig. Na gut. Wollen wir mal nicht so sein. Kontrolle an Alpha-Geschwader. Nanosoft berichtet, dass ihr Gelände in der Loni-Kuppel überschossen wird. Over. Nanosoft interessiert mich gerade einen Scheißdreck. Ah, triff ihn doch, Junge. Dankeschön. So. Frage jetzt nur, wo ist dieser verschissene, verdreckte Druide? Ah, hier ist er doch. Guck mal hin an. Ja, komm, stirb. Also schlecht sind die Lenkraketen auf jeden Fall nicht vom Schaden her. Uiuiui. Uiuiui. Okay, Moment. Wollen wir nochmal die Lenkraketen? Ja. Kontrolle an Alpha-Geschwader. Entfernen Sie alle Gang-Einheiten aus dem Bereich. Over. Na gut. Das kriegen wir auch noch hin. Hoffe ich doch mal. Also ohne zu sterben natürlich. Ah, okay. Aber wie komfortabel das ist. Einfach nicht mit Laser beschossen zu werden, ne? Ein Traum sage ich euch. Ein Traum. Dankeschön. So, waren das jetzt alle? Dahin sehe ich... Ach, das ist ein Nanosoft-Einheiten. Okay. Aber sind eigentlich noch guten Schuss, die Frachter. Kontrolle an Alpha-Geschwader. Ganz in der Nähe unserer Basis befindet sich ein Droide. Over. Nein. Warum? Kontrolle an Alpha-Geschwader. Der Droide hat uns ins Visier genommen. Kommen Sie zurück. Ich gebe schon Gas. Keine Sorge. Ah, ich habe eine falsche Kuppel. Fuck. Hast du noch eine? Hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Ach, hier. So, wo ist denn der Penner? Wo ist der Penner? Wo ist mein nächstes Opfer? Oder bin ich vielleicht das Opfer? Ich muss ja meine Schuhe wegnehmen, wenn ich dann aufhöre zu fahren. Kontrolle an Alpha-Geschwader. Jagd-Einheit Lambda wird Sie unterstützen. Over. Das ist aber mehr als ein Droide. Ui, fahr weg, flieg! So, Moment. Nein. Habe ich keine Raketen mehr? Scheiße. Ich schieße einfach nur verdacht irgendwie hin. Okay. Wo ist mein hier? Stirn, Motherfucker! Okay. So, okay. Der nächste war dort. Hab dich. Ein paar habe ich ja immerhin noch. Ein bisschen Energie kann ich da so abziehen. Fuck, nur viel zu viel Energie. Und ich habe keine Waffen mehr! Oh mein Gott! Außer mein kleines Maschinengewehr. Aber so klappt das eigentlich ganz gut. Wurde ich schon sagen. Wir machen den jetzt. Wir ficken den jetzt mal. Ja, du bist dort! Du bist dort! Das war es jetzt aber, oder? Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte. Ah, da ist noch. Nein, da ist noch einer! Alles, was dich hier ist. Danke. Liebe.